Siehst du die Autolackiererei dort? Äh, soll das heißen, du willst ihm Autolack kaufen? Überlass das Denken mir, du Bratpfannengehirn. Schlagen wir zu! Was? Nein, nein, nein. Das ist nicht angesagt. Der Boss will nur, dass wir Dr. Wencher beobachten. Er versucht ihn schon seit Jahren zu erwischen. Was wäre da besser, als seine Kids zu kidnappen? Ich kriege sicher meine Flügel, wenn ich das durchziehe. Fahr das Monarchmobil vor. Das sind die Jungs. Na los! Dad wird super überrascht sein, wenn er sieht, dass wir... Mayday! Mayday! Oh, warum? Oh, schneller, Jungs! Seht euch vor, wir kriegen Besuch! Er hat Speedy! Los, macht ihn fertig! Na, endlich! Der ist erledigt. Komm hoch, Speedy! Pech! Er hat ihn fest im Griff. Na toll. Er hat's hinter sich. Was fällt euch Schwachflüglern ein? Warum bringt ihr sie hierher? Wer hat euch das befohlen? Naja, also... Wir dachten, äh... Es war Speedy's Idee. So, so. Also Speedy's Idee. Super Idee, Speedy. Wo ist er? Naja, äh... Er hat's nicht geschafft. Wie meinst du das? Rock, Samson hat ihn sich gegriffen. Naja, und dabei... Samson, schlecht. Ich glaube, den Rest muss ich nicht hören. Armer Kerl. Er war so kurz davor, sich Flügel zu verdienen. Begreift ihr eigentlich, was ihr da angerichtet habt? Jetzt wird Venture Samson auf uns hetzen, er wird uns aufwischen und unsere Ärsche zur Brei klatschen. Ich liebe meinen Arsch und will ihn behalten. Samson macht uns keine Probleme mehr. Ja, wie meinst du das? Ist er tot, hä? Wow, das ändert natürlich alles. Ohne seine laufende schwedische Kampfmaschine wird der gute Doktor tun müssen, was ich ihm sage. Habe ich recht, hä? Die Jungs wegschließen, schnell! Hallo, hier ist Dr. Venture. Gut zu hören, Dr. Thedeos Venture. Hier ist ihr Feind, der Monarch. Ich bin im Augenblick nicht erreichbar. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, dann bitte nach dem Piep. Danke. Haben Sie einen irgenialischen Tag. Hören Sie mir gut zu, Sie Wissenschaftsfuzzi. Hier ist der Monarch in der Pipeline. Ich habe Ihre Jungs. Wenn Sie sie lebend wiedersehen wollen... Autsch! Verdammt! Nein! Oh, schräg. Manu? Autsch! Was ist das? Ihre Nier wurde entfernt. Suchen Sie einen Arzt auf. Ach, was soll der Gehirnbrei? Augenblick mal. Eins. Zwei. Aha. Aha. Diesmal ist das ernst. Brock! Ich brauch dich, Brock! Brock, spritz schnell ab. Das ist ein Notfall. Antworte bitte! Das ist richtig. Was ist refugees an, nonprofits. Was ist zu Cla cetera. Das ist ein открывeres Haus. Ja, dass sich der Weg du einen Niagara-ätzeуб Boa, 365. Als mir. Genial! Aber da? Can ев Joan auch? Ja. Dann mal. Ich hab meinen super-앙 workout.